Und das ist auch das, wo ich hin will irgendwie, die Bühne, Menschen, die Konzerte, all das. Hi ihr Lieben, ich bin der Janne, Sänger und Songschreiber aus Marburg. Ich mache jetzt seit zwölf Jahren Musik. Alles hat eigentlich bei mir ganz früh angefangen. Ich habe sofort das Gefühl gehabt, meinen eigenen Kram zu machen, meine eigenen Songs zu schreiben, meine eigenen Geschichten zu erzählen und eigentlich auch das Publikum mit meinem Handwerk zu begeistern. Das war mir von Anfang an wichtig. Vor vier Jahren ist es dazu gekommen, dass es das Soloprojekt Janne gab. Da wurde es ins Leben gerufen und zwei Jahre danach sind wir ins Studio und die erste Platte war geboren. Meine erste Platte. Großes Ereignis, unfassbares Gefühl. Mit ganz vielen Songs und Geschichten, die ich bis dato erlebt habe. Und ich habe mich wirklich freigeschrieben auf der Platte und für diese Platte. Und es war so eine kleine Selbsttherapie irgendwie. Und ich leg die Platte ein und ich habe die glaube ich schon 10.000 Mal gehört und freue mich immer wieder, wenn ich sie einleg. In den letzten zwei Jahren waren wir unfassbar viel unterwegs. Wir durften tolle Menschen kennenlernen und schöne Momente erleben mit euch. Ich habe ganz viel aufgeschrieben davon und das Feedback, was ihr mir und uns gebt, ist unfassbar. Ich habe durch all das, wie es war bisher, ganz viele Ideen. Ich bin noch lange nicht fertig. Es fängt gerade erst an. Ich habe mich noch lange nicht ausgeschrieben. Es sind ganz viele Songs in der Schublade, die ich euch gerne erzählen will. Und jetzt kommt ihr ins Spiel. Deswegen gibt es dieses Video. Ich habe mir ganz viele schöne Dinge für euch überlegt. Ich wollte Päckchen schnüren, die euch wirklich freuen und wo ihr wirklich Spaß dran habt. Ich glaube, das ist mir auch gelungen. Es sind einige Pakete dabei. Da sind Dinge drin, die es wirklich nur einmalig gibt. Ich wollte was schaffen, um auch dieses Crowdfunding zu verewigen. Auch für euch. Ihr habt die Möglichkeit, in dem Booklet drin zu stehen. Es wird ein T-Shirt geben, ein Supporter-T-Shirt, ein Crew-T-Shirt für alle die Leute, die mich mit dem Paket unterstützen. Wir haben dieses Jahr am mein HC eine DVD-Produktion gefahren. Alle die, die da waren, wissen, wie es war. Die DVD wird es geben, mit einer Audio-CD dabei. Es wird einen Download-Link dazu geben. Ich komme aber auch als Band und wir geben ein fettes Konzert für euch. In jedem Paket wird natürlich die neue CD mit drin sein. Alle diejenigen, die mich mit irgendeinem Paket unterstützen, bekommen die CD eine Woche vor Release. Also mit als Erster. Und ich habe mir was überlegt, wo ich lange drüber nachgedacht habe, was mir aber sehr wichtig war. Gleich mit dem ersten Paket lege ich voll los. Und jeder, der nicht so einen dicken Geldbeulen hat oder der sagt, ey, ich will den Jana einfach unterstützen, egal wie, der kriegt von mir sofort freien Eintritt für die große Release-Barbie nächstes Jahr. Mir liegt ganz, ganz viel dran, dass ihr Spaß daran habt, mich zu unterstützen und ja, ihr bekommt wirklich was dafür. So Leute, ihr wisst Bescheid. Ich glaube an euch. Und wenn ihr an mich glaubt, dann gibt das nächstes Jahr echt ein geiles Jahr. Ich bin mir sicher, wir sehen uns irgendwo in Deutschland, auf irgendeiner Bühne. Ich freue mich auf all das, was kommt. Das war's. Macht's gut. Ich habe euch lieb und bis bald. Ciao. Danke.